So Leute, der gute Noxie wollte Ranked haben, jetzt spielen wir Ranked. Also, let's go! Let's go to the malls! Jetzt komm du drüber und Tor. Nee. Ach komm. Ich hab mir nur ein bisschen angepupst. Alles muss man selber machen hier, Ops. Ein bisschen angestupst, den Ball. Da hat er kurz reingedickt. Einmal kurz, einmal kurz reingelunzt. Hast die Folge ausgesehen, ne? Ja, natürlich. Ich will mal kurz in dich reinlunzen. Reindippen ist aber irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich sag ja mal reindippen. Reindippen. Einmal schnell mit dem Dip reindippen. Ja, ja. Einfach mal Stäbchen reindippen. Muss manchmal einfach Sand. Du hast den Ball, ne? Ja, ja. Ich hab das alles vollkommen unter Kontrolle. Nice. Ich auch. Come on! Ja! Was ist los? Ranked und schon reißt wir hier das. Guter Schuss, ey. Ja, weil davor ist halt so die... Ist halt keine Herausforderung. Wir sind wieder unterfordert. Und ich bin einfach scheiße. Okay, ich hab... Was ist los, ey? Kaum ist Ranked hier am Start und schon... Geht's ab. Der Noxy, der hat's halt lieber mit ein bisschen Herausforderung. Ja, ja. Auch bei den Frauen. Ohne Herausforderung geht... Ja, ja. Natürlich. Ich hoffe, äh... Seine Freundin guckt die Videos nicht. Nö, nö, nö. Okay, sehr gut. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Dafür doppelt so viele Leute wie bei mir. Keine Sorgen. Hä? Ja. Hast du nicht irgendwie zwei Millionen Abonnenten? Ih, nein, drei Millionen. Ach so, stimmt. Aber das sind jetzt ja doch nicht so viele. Eigentlich drei Milliarden, aber... Nö. Guck mal wie er einfach fly ist, ey. Das gibt's nicht. Ja. Warte, ey. Nee, was bringen die Abos, wenn dann letztendlich doch nur fünf Leute gucken, ne? Das ist ein bisschen scheiße, ja. Ich hab den Ball. Geh nicht zum Ball. Ich hab den Ball. Geh nicht zum Ball. Ich hab den Ball. Sonst gibt's gleich einen dicken Knall. Und einen Durchfall. Guck, wie er ist. Alter. Guck dir meinen Shot an. Guck dir meinen Shot an. Was zum Teufel. Guck, weil ich den Typen dahin pushe. Guck, 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 guck. Der springt und ich drücke ihn dagegen. Und deswegen rollt der da rein. Und deswegen hab ich kein Tor bekommen, weil ich den Ball nicht berührt hab, sondern nur einen Typen. Ja, und ich hab ein Tor bekommen. Nice. Danke. Bitteschön, bitteschön. Sollte jedes Mal so sein. Ich bin nicht sozialer, weil du aufnimmst. Ich sollte öfters Tore bekommen. Boah, diese Leute, die einfach irgendwo rückwärts rumstehen, ne? Ich find das irgendwie voll langweilig, so. Wenn du einfach nur so... Naja, ich block mal eben, ich steh hier. Das ist von unhöflich, ey. Von des unhöflichen Scheiß, wie. Ich weiß nicht warum, aber bei seinem Namen muss ich irgendwie an Takaischi denken. Takaischi? Takaflutschi. Takaflutschi! Takaflutschi! Ich muss da an Takeshis Castle denken. Echt? Kennste? Ja, natürlich. Das war ein guter Zeug. Das war ein sehr guter Zeug. Damals war RTL 2 noch Qualität. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Der ist so... Der ist so fresh. Und nice. Und ich hab ihn verkackt. Und der verkackt ihn trotzdem. Ich hab ihn so verkackt. Ey, ist das unglaublich. Das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Das ist einfach mein Ernst. Also nicht ganz so fly, wie ich mir erhofft habe. Okay. Der war hier nochmal der Profi in unserem Team. Ich. Ah ja. Okay. Du hast es nur ausgestellt, damit niemand sieht, dass du schon Großmeister bist. Ja, weil ich schäme mich dann, wenn ich mal nicht treffe, ja? Weil die hören ja nicht, was ich sage. Oder beziehungsweise, dass ich denke, it's a prank. Ja. So und... Weil du sie halt einfach immer prankst. Alter, warum hast du mich weggestoßen? Ich hätte die perfekte... Gott dammit! Sagt er und hat mich vorhin einfach weggekickt, obwohl der einfach eins... Ah, da einfach reingeflügt stirbt. Und sagt der, der einfach die perfekte Fallage hat und es verkackt, ihn da rein zu dippen. Jetzt hat er schon... Ich bin raus, Alter. So gut! Spielmacher, Alter. Ich geb dir als Spielmacher ein. Den hab ich hier, Alter! Dreckspiel, Alter. Ich hab nicht ein Tor, weil... Weil du immer in mich rein dippst, ne? Wie du einfach den Gegner so ganz zärtlich wegstößt. Wegstößt. Untouched. Ja. Ganz zärtlich gegen die Ballkost. Ich bin hier echt Spielmacher, ne? Aber das Spiel hat das schon gemerkt, so. Ja. Das Spiel weiß schon, wer der Boss ist. Aber irgendwie bin ich's trotzdem. Fuck. Warum kassieren wir gerade? Ah, weil wir zu gut sind. Ja, das ist wirklich... Keine Herausforderung. Ja, wir wollen... So, jetzt komm. Ich mach das. Bad move! Oh, Mann. Immerhin erster Ballkontakt. Das ist immer gut. Immerhin paar Punkte. Lol, 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 lol. Ist das ein Prank? Lol, 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 lol. Ist das... Alter, wie ich den auch blöd auf heute? Ist das ein Prank? Nein, das ist kein Prank. Das war ein Prank. Das war ein Prank? Das war ein Prank vom Feinsten, war das ein Prank. Warte, ich komme. Ich hab ihn. Ich mach ihn dir schön. Oh, Nigga. Ich mach ihn dir so schön. Aber guck, ich kam da auch noch. Ich kam noch. Ich kam noch. Und... Man sieht mich nicht mehr. Alles klar. Ist gut. Guck in den Chat. Kann ich nicht weiter machen? Naja, Mutterschuss. Bitte, bitte. Ich muss mich auch mal ein bisschen selber loben. Wer schießt doch schon? Ich mach doch. Ich mach alles, was du sagst. Oh, Saki, Saki. Mit Saki kenn ich mich nicht aus. Wer ist das? Ja, genau. Jetzt prankt er einfach. Und macht den Ball rein, oder was? Nix gibt's. Das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Jetzt wird aufgedreht. Ich will einfach nicht mehr mit dir spielen, Alter. Alles, was ich mache, warst du einfach... Nee, ey, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Vor allem, du standst auch einfach perfekt und hast den auch reingemacht. Nee, aber es ist... Spielt ja keine Rolle hier. Ja, es ist halt... Es ist halt Rank, ne? Wird keine Rücksicht genommen. Auch auf die Teammates nicht. Ey, das machst du so nicht. Nee, das eh nicht. Ich stößte dich auch noch aus dem Weg. Ey, der geht perfekt. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Und dann so... Oh, den mach ich lieber. Oh, verkackt. Tschuldigung. Das tut mir jetzt aber leid. Hauptsache, ich mach Punkte hier. Das ist das Wichtigste. Auch wenn ich verkacke. Oh, scheiße. Ja? Jetzt hättest du mal deine Punkte da machen können. Guck dir die Wiederholung an. Da war ich eigentlich. Guck's dir an. Warte, guck's dir an. Ich war da. Hm, aber an der falschen Stelle. Okay. Was für eine Parade, man. Man, gut. Bist du gut, man. Meine Mutti hat gesagt, ich bin der beste Rocket League Spieler aller Zeiten. Ich bin was ganz besonderes. Echt? Ich bin was ganz besonderes. Ja, die... Ich bin richtig verzweifelt, ey. Die Mütter zu ihren Kindern einfach sagen, du bist was ganz besonderes. Du bist besonders scheiße. Paul Scam dachte auch, er wäre was ganz besonderes. Ja, bebe. Jetzt pranken wir die Gegner, aber echt hier aus den Weg, ne? Danke, danke, danke. Fick dich doch mal ins Knie, Mann. Alter, ey. Stuhl auseinander genommen, Alter. Ey, ich würdste, du würdest auch aufnehmen und hättest die Cam an, ey. Ich würdste... Ja, das wär... Würdest du feiern. Scheiße. Alter, ich hätt... Ich wär zu dir gekommen, egal wie weit das ist, hätt ich einfach ein Württchen. Komm, krieg ich noch. Nein, das hättest nicht. Ja, Mann! Alles klar, mein Gott. Alles nur dank meines Passes. Bing! Alter, Ranked und 8-4 hier, Alter. Ja, ja, ja. Wie krass die Gegner geprankt, würd ich sagen. Geprankt und Ranked. So nenne ich die Party. Weg! Höhöhöhöhöhöhöhöhö夠! Leute! Was ist los? Eigentur... Mann! It's a prank, Mann! Oh... Nee, du musst... Ich war am Schreiben. Ich war am Schreiben. Ja... Sag doch, dass du Schreibst. Nee, er sagt immer so, wenn es losgeht und ich da stehe. Warte, der geht noch! Scheiße! Aber ich hab noch einen Torschuss bekommen. Liga rauf! Nice, ey. G fucking G. Alter, ist das gut. Ich bin einfach in der Liga aufgestiegen, oder? Ich bin ein X-Man. Du bist in gar keiner Liga, du Opfer. Okay, ich würd sagen, noch ein Match, ne? Ja! Ranked! Ranked rocked! Ranked rocked! Aber ich würd sagen, Leute, dieses Match steht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play The Rocket League. Bis dann! Macho! Es ist ein Prank! Es ist ein Prank! Es ist ein Prank! Es ist ein Prank! لوßt ihr bist in der nächsten Folge,